Nautilus Modus ändern Üblicherweise wird jedes Mal bei einem Doppelklick auf einen Ordner der Ordner im selben Fenster geöffnet. Möchte man, dass sich jedes Mal ein neues Fenster öffnet, klickt man auf Bearbeiten, Einstellungen, klickt auf Verhalten und entfernt das Häkchen bei immer im Browser Fenstern öffnen. Wer den Zielort direkt eingeben möchte, klickt auf das Symbol unter dem Button zurück. Die Seitenleiste gehört zum Standard und zeigt je nach Wunsch Orte, Informationen zum Ordner, eine Baumansicht, eine Chronik, die zuletzt aufgerufenen Verzeichnisse, Notizen und Embleme. Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück!